Ja, servus Leute, danke wieder einmal fürs Einschalten. Heute ist ein ganz spezieller Tag. Definitiv wieder von der Dienstreise zurück. Und so haben wir gedacht, ich brauche mal wieder Abwechslung, muss mal den Kopf frei bekommen, den ganzen Stress, den ganzen Problemen in den letzten Tagen. Ich bin ja leider auch nicht zum Turnieren gekommen, deswegen brauche ich da irgendwie einen Ausgleich zu der ganzen Arbeit und so weiter. Und dann haben wir gedacht, ich werde heute einfach mal wandern gehen. Wandern, aber jetzt nicht direkt nur wandern, sondern ich werde dir mal Vollgas geben und am Berg aufgehen. Es sind insgesamt 57 Höhenmeter, die ich heute bestreiten möchte. Ja, ich bin jetzt schon am Weg zum Berg selbst. Das ist der Schneeberg, den ich heute gehen kann, beziehungsweise eigentlich die Raks, oder eher der Schneebergs. Zuvor werde ich aber nochmal ein paar kleine Unterseelen einkaufen gehen. Und ja, damit darf ich einfach mal mit. Ich hoffe, dass wir bald euch. Wir sehen uns dann später. Servus! Bis zum nächsten Mal. 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 So, Aussichtspunkt, erfolgreich bestiegen, also nichts verschwachen, eher für jemand, der Höhenangst hat, der sollte auf jeden Fall nicht berühren. So Leute, ich bin da mit mir im Wald, keine Ahnung, wie ich richtig bin, ich denke schon, weil da überall Markierungen sind, aber es ist absolut rutschig, steil, ich glaube nicht, wie das auf die Kamera rüberkommt, aber es ist absolut steil. Ich fange auch schwer an ins Schwitzen, kann nicht von mir gehört reden, deswegen werde ich jetzt die Kamera rausmachen und kurz einpacken und ja, mal schauen, ob ich da gut runterkomme. Bis dann. Geschafft, bin wieder beim Auto, eingekommen, der Stress hinter mir, das heißt, ich bin jetzt fix und fertig, also wirklich fix und fertig, au, shit, ich habe eine Kappe von einem Stock verloren, sehe ich gerade. Scheiße, na, was soll's. Ich bin waschen, nass, das heißt, ich fahre jetzt nur noch nach Hause, werden wir mal duschen gehen, dann Video schneiden und dann natürlich hochladen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr habt ein bisschen das Peeling rüberbekommen, was ich da gehabt habe, die Entspannung. Wir sehen uns, ich sag danke fürs Einschalten, bis dahin, Servus.